Lass zum Bracke, die 30er BMW. Und genau diese BMW ist ein Toyota Motorrad, meine Damen und Herren. Ja, das ist der Kuläufung, meine Damen und Herren. Und Ruhr-Famil aus Rürttemberg. Was ist denn da? In einem Wissenscheinland ist das gewesen. Echpa aus England angereist. Alan Green, Red Starter vom Balken-Team. Und Vox ist das jetzt. Ebenfalls aus Großbritannien. Und Stacey aus Rürttemberg. Und der Junge ist gerade mal 18 Jahre. Hooray! Der Mati, wir hier im Klaubschulein, in diesem Thema haben wir hier nochmal auf den Landstreckel, Rutschland, weil wir so ein sehr allergutem, aber wir hoffen, reich und Kamara alle Hände, wollen wir das tun, oder? Wir müssen rein, hier in diesem Auto, da werden wir jetzt noch mal mit dem Landstreckel, und das ist vielleicht in diesem Landstreckel, Wir hoffen, wo wir jetzt noch mal mit dem Landstreckel fahren, wo wir jetzt noch mal mit dem Landstreckel fahren, wo wir jetzt noch mal mit dem Landstreckel fahren, mit dem Landstreckel, auch da ist ein Toyota Super-Auto drin, und das war nochmal Florian. Ungewahne-Wort, von Grünchen im NRW. Gerrit Jancon, mit BMW KC, mit dem Wachstum 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 Schön reagiert Frau Jury Biacki, aus der Schweiz. Jetzt weg mit dem Wachstum, kannst du jetzt gleich nochmal leuchten. Noch mal eine kurze Frage zwischen Deutschlands Publikum. Oh, einige letzte Fall zu dir gesehen, ne? Philipp Jäger, in einem den Reislinger BMW. Der ist jetzt wirklich wieder runterkommen. Robi, Oliver, wie du gerade was du gerne hast, um Spaß zu haben, doch das ja normalerweise bei Sörbungen im Rettkampf bewertet. Was wirst du in die Lernung einbringen? Wir sind jetzt mit Ihnen gefahren, die wir haben, 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 die wir haben. Das ist ein Schuss, das ist ein Schuss, das wir haben. Ich bin noch Hotbar. So, die Schuss, das ist noch nicht so, was wir brauchen, gell? Und noch mal, aus der Niederlande, Ramo Wietzow, vom Falken High Performance Team, genau so wie der Spiegel ist im Fall, der allerdings alle Hände voll zu tun hat, und der Luxemburg auf Bohr, und von dem aus Luxemburg, der nicht so langsam durch seine Fahrtküste, eine Flasche freundlich nicht verschafft, oder wie siehst du das? Wunderbar, schön, dass ihr Spaß habt, die Leute hier im Indie, ganz herzlich begrüße, auch und die haben hier zwar das ganze Heimatwerk hier, weil es 24 Stunden zu sehen ist, dass das Ganze nicht nur hierher, das Ganze nur so wichtig, die jetzt in der Wachse haben. Hosebäder, 3,28er, 5,5,5,5,5,5. Verwahrerweiter über das 2.5 Sportauto für die 1.5 Stundenrad nicht eher heftig, denn ich habe nicht heftig Wage mit Messingstrumenten ausstattet. Und Andy, den wir gerade gesehen haben, der hat mit diesem neuen, oder neu aufgebauten E21 glaub ich, dass wir alle in die Strecke sind und dann in die Strecke sind. Das ist ein Wunschwäckchen. Wenn der Ohr der Fahre jetzt ausgerichtet ist, also wenn er gerade ausgerichtet hat, und die Frau hat leider vor allem, dass die Flasche nach dem Rand, der wurde zu als Jahren... Ja, nochmal unser Fallchen, das ist ein Dattesrie, aber momentan muss man das ein bisschen. Das ist doch ein bisschen mehr die WM5. Ich habe mir unter dem etwas eingeschossen, als ich mir mittlerweile mit Freiburgs davon habe. Weißt du, irgendwann hat sich eine Kobiografie abgebrochen oder um was, dass wir uns wollen. ja 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 Das ist ein wunderschön. Das ist ein wunderschön. Wir versuchen es zu. Das ist ein wunderschön. Das ist ein wunderschön. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020